Hallo, 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 liebe Freunde. So, da sind wir wieder. Und hier ist immer noch ein Kroko. Hm? Ah, Kamera. Die Kam... Ach Gott. Okay, das Kroko ist immer noch da. Komm. Komm. Oh, das ist ein Alligator. Ich habe keine Ahnung. Okay. Na, komm schon. Wir warten. Oh, das ist viel Leben. Aber ich mache es gerade auf die Methode, auf die Weise. So ist es mir gerade am angenehmsten und am einfachsten. Es müsste nur noch mal wieder kommen. Oder habe ich es? Da ist es. Alter Falter. Das dauert jetzt ein bisschen. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber ich will gerade auch nicht unnötig, äh, bessere Muni verschwenden, wenn ich es auch so machen kann. Okay, jetzt haben wir es. Gut. Dann betäte ich mal da den Hebel. Und dann springe ich noch mal ins Wasser und schaue mich da ein bisschen um. Was haben wir hier denn? Was genau hat der Hebel denn gemacht? Ah, der hat da hinten das aufgemacht. Oder? Oder kam ich von da? Ne, da ist ein Tor, das jetzt offen ist. Okay, dann schwimmen wir doch mal. Ah, das Kolosseum, benötigte Zeit, gefundene Geheimnisse 1 von 3, Fundstücke 9 von 14. Hm, okay. Ich sag mal, das ist okay. Okay, wo sind wir jetzt? Erst mal umschauen. Ah, schöne Delfinmuster. Okay, so sah das im Original aus. Haben sie es schön remastered, muss man sagen. Okay, dann schauen wir uns erst mal hier um. Oh, oh. Ui, ui, ui. Noch mehr Krokos. Jetzt lass ich mal die Waffen auf Anschlag. Man weiß ja nicht, was hier noch kommt. Überall ganz, ganz böse Krokos. Okay, da geht's hoch. Ist schon schön gemacht. Aber es hat schon ein ganz anderes Feeling durch die Beleuchtung. Auch hier, wie sich, wie sich, wie das Wasser hier die, 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 wie das Wasser hier die Lichtstimmung verändert. Okay. Hm, hm, hm. Da geht's runter. Hier ist nix. Wo geh ich denn als erstes hin? Wo geh ich denn als erstes hin? Ach komm, ich geh mal da lang. Ich guck mal, was hier so ist. Was haben wir denn da hinten? Das ist schon eine ziemlich große Anlage. Hier. Hier kann man, da kann man hoch. Lohnt es sich, da hochzuklettern? Ist da irgendwas Interessantes? Wir gucken mal. Das lohnt sich doch richtig, da mal hochzuklettern. Da scheint irgendwas versteckt zu sein. Hm. Nee, da kommt sie nicht hoch. Ah. Aber da müsste was sein. Wer weiß. Kann ich mir ja noch angucken. Ich hab bisher eh gefühlt sehr, sehr viel nicht entdeckt. Oh, hier geht's rein. Oder kam ich von da? Nee, ich kam von da, oder? Ja, ich kam von da. Oh. Wo kommt der denn jetzt hier? Böser Löwe. Ah, jetzt zieh doch mal da. Ah, ja. Mist, Mist, Mist. Äh. Ich hab nicht gespeichert. Hm. Ich mach das grad nochmal. Ich mach mal einen kleinen Sch- Okay, da sind wir wieder. Waffen raus, denn hier ist ein Kroko irgendwo gewesen. Okay, was ist... Okay, hier ist ein Gorilla gewesen. Okay, da ist noch einer. Okay. Hier geht's hoch. Noch mehr Gorillas? Alter Falter, wie viele sind denn hier? Okay, ich spar... Ich lad nochmal, dass das, das... Das war grad nicht so gut. Der Palast von Midas. Ah. Okay, dann weiß ich schon mal, wo ich jetzt bin. Okay, hier kommen gleich Affen. Gorillas. Okay, aber hier war noch einer. Okay. Hier langlaufen und warten, bis die Folgen kommen. Bis die mir folgen. Aber wo kommen die jetzt her? Was zum... Okay, nee. Okay, das ist... Das ist echt hart. Oh, Mann. Okay. Okay. Okay, die spawnen scheinbar erst, wenn ich hier weiter reingehe. Ja, jetzt. Geh ich mal ein bisschen weiter raus. Und dann baller ich. Warum bleibst du nicht... Warum bleib... Warum zieht sie nicht weiter? Das ist irgendwie scheiße, dass die... Dass die Waffen nicht auf den Gegner gelockt bleiben. Okay, die beiden hätte ich schon mal, dann speichere ich nochmal. Hier ging es weiter. Aber dann kamen nochmal unendlich viele. Okay. Okay. Gut, jetzt sind da unten aber noch ein paar gespawnt. Dann schaue ich mich doch erstmal hier oben um, was es hier so gibt. Ach. Okay. Kann man hier irgendwo... Da kann man hoch. Mhm. Da gibt's nix. Hier auch nicht. Okay. Dran denken. Da kommen gleich noch... mehr von denen. Kommt der schon? Oh, die Tür geht auf, wenn ich mich da näher... Dann... Ah, und da ist ein Med-Kit. Dann geh ich doch mal da rein. Speichern am besten. Ah, hier ist ein Hebel. Okay. Der öffnet den... Das Tor zu einem Raum mit noch mehr Gorillas. Schön, schön, schön. Es kann ja nie genug Gorillas geben. Kommt der hier hoch? Ja, der kommt hier hoch. Ja, der kommt hier hoch. Ah. Hm. War's das jetzt, oder...? Ah. Oh. Okay, und ich... Und ich häng fest. Ich häng... Nee, da muss ich laden. Ich hab in der Grafik festgehangen. Nochmal den Hebel drücken. Ah, blöder Affe. Wieso sind die jetzt... Wieso sind die jetzt... Okay. Okay. Oh, da kann ich hoch springen. Mal gucken, kann ich da hoch? Irgendwas muss da sein. Ich kann von hier, da hoch. Nee, geht nicht. Aber da hoch kann ich. Kann ich irgendwas schieben? Kann ich da auf die Säule hoch? Nee, von hier kann ich das bestimmt. Fast, 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 fast. Wir probieren es nochmal. Egal. Oh, mein Wagen knurrt. Ich sollte vielleicht mal irgendwas essen. Okay, dann gehe ich mal hier runter. Immer schön ballern. Man weiß ja nicht, ob jetzt gleich noch was kommt. Ja. Da sind noch mehr Gorillas. Das ist das Tor, was ich eben geöffnet habe. Aber hier war irgendwo noch ein Alligator oder Krokodil oder keine Ahnung was. Da. Okay. Ich gehe erstmal hier hoch und schaue mich mal oben um, bevor ich da hinten wieder lang gehe. Waffen raus. Oh, sehr schick. Und wieder sehr, sehr viele Gorillas. Waffe bitte gelockt lassen auf dem Gegner. Da ist er. Okay. Puh. Ich speicher nochmal. Was ist der nächste? Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ich höre ihn doch. Wo ist er hin? Okay. Da ist ein Gitter. Dahinter ist ein Hebel. Da ist auch noch eine Tür. Oh Gott, ich glaube hier muss man sehr, sehr viel rumlaufen. Vor und zurück und vor und zurück. Aber ich glaube hier kann ich noch nicht wirklich viel machen. Da schienen zumindest alle Türen zu. Ah, da ist er. Okay. Okay. Den haben wir. Dann gehen wir doch nochmal da lang. da ist er hin. Aber ist er nicht. Da ist er. Da ist er nicht. Oh Gott. Das ist ein? Was ist er denn? Da ist er. Böse Löwen. Schick, aber böse. Wobei, schick auch nicht. Die sind echt schlecht animiert. Da hätte man ein bisschen was machen können. Ohi, ohi, ohi. Okay. Jetzt brauche ich aber ein Mad-Kit. Und dann nochmal speichern. Dann schauen wir uns mal hier um. Okay, da oben geht's hoch, aber da muss ich erstmal hier oben irgendwie rauf. Boah, gibt's hier viele Gegner. Das ist ja echt nervig. Wieso hat diese Fledermaus so viel Leben? Ey, was geht denn ab mit der Fledermaus? Söhrt ihr das? Mad-Kit. Mad-Kit. Das Geräusch gefällt mir irgendwie gar nicht. Okay, aber ich glaube, ich mache gleich mal einen kleinen Schnitt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh, hier geht's weiter. Ui. Hier liegt Muni. Okay. Und damit verabschiede ich mich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.